Ja, servus meine lieben treuen Abonnenten. Ich wollte euch kurz darüber informieren, dass es momentan ein paar technische Probleme bei mir auf dem Channel gibt, beziehungsweise bei mir zu Hause mit meinem Videobearbeitungsprogramm. Und ich arbeite auf Hochtouren daran, das Problem zu lösen, installiere auch gerade ein neues Programm und hoffe, dass ich jetzt schnellstmöglich wieder ein Video raushauen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich wollte euch nur kurz darüber informieren. Also nicht wundern, dass die letzten zwei Tage kein Video rausgekommen ist. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich denke, ihr versteht das. Technische Probleme können jeden ereilen. Und wie gesagt, ich versuche das schnellstmöglich zu regeln. Ja, bleibt mir treu und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Benni. Ciao. Ciao.